Okay, ähm, mir ist gerade Minecraft wieder abgestürzt. Warum auch immer, du solltest eigentlich sitzen. Gladys, mach Sitz. Sitzen! So, ist fein. Lass du Feine machen. Oh, Pupi Mausi! Pupi Mausi hat Feine gemacht. Ja! Ja, das war toll. Oh, ich merke gerade, ich hab's falsch schon... äh... sagt nichts. Ich weiß. Zack. 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 Noch umständlicher geht's nicht. Hab's auch alles. Hab ich nix vergessen. So... What the... What the fuck? Ja, was auch immer. Ähm... Gott, haben wir viel Eisen jetzt. Erz, Erz und Geschmolzeres. Gold kommt ja da ganz unten hin, wa? Das Erz kommt da hin, wa? Ich hab' ne ganz geile Idee. Und zwar hier spawnt ja im Moment überhaupt nix, ne? Und dass man vielleicht dort am Wasser so ne weite Landschaft macht, also... damit hier mal wieder Schafe spawnen und so Zeugs... Und... Hoffentlich bringt das was... Ich kling gerade total wie ein Berliner, wa? Ich wüsste was. Ich mache jetzt hier den Dirt weg. Dirt. Das Dirt muss weg. Drucker hält's Maul. So. Es druckt gerade. It's printing. This is English by Television. Oh je. Macht das nicht Spaß mit einer Schaufel im Dreck rumwühlen? Geht es Ihnen auch so? Das tägliche rumwühlen im Dreck ist Ihnen schon zum Spaß geworden. Das ist kein Problem. Mit dem neuen Shuffle können Sie den Dirt jetzt noch schneller abschuffeln. Die Werbung war scheiße. Aber naja. War da nicht gerade ein Hühnchen? Das ist verschwunden. Ah nein, da ist es ja. Hallo Hühnchen. Böses Hühnchen. Totes Hühnchen. Nur tote Hühnchen sind gute Hühnchen. Noch ein Hühnchen. Sag mal, gibt's hier nur noch Hühnchen? Ich bräuchte mal ein Schaf oder sowas. Aber nee, wir sind sicher zu eitel. Nur noch Hühnchen? Ach, da ist ein Schaf. Ich hab ein Schaf hier. Na toll, jetzt hab ich meinen Lapislaz. Willi nicht dabei, ne? Das ist ja wieder ganz was Tolles, ne? Fuckin' Habe. Scheiße. Zack, flupp. Kackpratzen hier alles. Nur kackpratzen. Och, Menno. Ich bin ans Fenster. Als nächstes mach ich hier erstmal den Übergang. Der trägt mich sonst auf. Hier, nee. Ich mach was Jans Ausgefallenes, wa? Ich mach hier mal den Berg weg, ja? Nee, ich mach den Berg weg und mach da erstmal... Keine Ahnung. Irgendwie was hin, ne? Ja, dann baue ich da weiter hoch und dann kommt da mein Schlafraum hin. Irgendwie. Ich kann ja nicht hier ewig im Keller schlafen, ne? Ist das schön. Ah, da ist noch einer. Hallo! Müssen wir halt absuchen. Da sind auch noch welche. Nee, nee. Hat richtig, ja? Nee, 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 nee. So ist fein. Erze und geschmolzenes. Mobjob, wo ist Mobjob? Mob, 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 Mobjob. Mob, 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 Mob. Mob, Mob, Mob. Ja. Das kommt mal hier hin. Also, sobald ich Redstone gefunden habe, werde ich übrigens auch Pistons bauen, womit ich dann eine vollautomatische Zuckerfarm herstellen werde. Oder ist das nicht toll? Die sollte aber etwas abseits des Hauses sein, weil dieses Pistengeräusch nervt. Das macht immer... Duft, 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 duft. Wie so eine Beatbox-Maschine. Das war ein Witz. Ich meinte dann mit Jukebox. oder Ghetto Blaster oder ja ja ähm ich labere mich hier wieder zu Tode ähm Food Egg Raw Chicken Bread äh ahja das kommt ja auch hier rein ich nepp der Drucker druggert druggert schon wieder er druggert schon wieder ja boah ich hab aber viel Dirt hier kann ich mir ja schon Schlamm basteln hohohoho gibt's gar nicht deine Mutter gibt's nicht das kommt auch mal hier rein ich bin heute etwas lahm mein Blutzuckerspiegel ist immer noch sehr weit unten nachwister was ich baue hier weiter ich hab grad keinen Bock mehr was anderes zu tun je weiter wir runter kommen desto schneller kommen wir in Redstone Redstone und dann kommt ich brauch Fackeln Fackeln Fuckeln hohohohoho hab ich noch welche ne ich hab gar keine mehr aber ich bin kein gebürtiger Berliner ich wohne nicht mal in Berlin ne nur damit ihr's wisst ahja ich nehm die Kohl jetzt hier geh bitte mir wartet was ich glaub ich spinn 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2 ja genau zack zack 1,2,1,2,1,2 oh falsch 1,2, zack und zack 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 so wir suggerieren nach Hause E.T. nach Hause suggerieren das war ein Witz what have we loved das war auch mal ein Witz oh fuck ich vergesse immer die ganze Scheiße hier jetzt vergesse ich noch die Treppen Stabs I got you Stabs Idiot so jetzt gib ich's euch allen ihr Schweine get out of my fucking way Cutter wo ist Cutter Cutter ist tot der ist in der dritten Staffel von Prime Evil gestorben Cutter weilt nicht mehr unter uns Stirb Schweinebrister zack flup auf meines Vaters Laptops heißt es Laptops oder Laptop ich bin mir nicht sicher in diesem Falle der grammatikalischen Korrekturen naja aber ihr wisst was ich meine ist gerade ein Popup erschienen oh Eisen deine Mutter ist so hart die hat Blutgruppe Eisen hahaha der war überhaupt nicht lustig Blutgruppe Nutella wäre lustig noch mehr Eisen aber den Witz gibt's ja schon ne oh ne oder heul nee ich hab's doch hier wusst wa ich hab alles vorher gesehen ihr seid doof ich mag euch nimmer what a shit what a motherfucking shit auch Menno ich mag diese neuen Dinger hier irgendwie nicht weg zack 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 ach du Schande und meinte das könnte ich in der Tat tun in der Tat bei erblich bedingtem Türanfall scheiße ach Gott wenn ich das nur wieder höre hier kennen sie das auch sie kommen abends nach Hause und anstatt ein ach nein ich mache diesen Witz jetzt nicht er wäre langweilig hallo Cave Johnson hier deine Mutter ist Cave Johnson nein Cave Johnson war ein netter sozialer engagierter äh Wissenschaftler war er überhaupt ein Wissenschaftler Cave Johnson warst du ein Wissenschaftler und seine Antwort lautet deine Mutter war ein Wissenschaftler hier sind überall keine Creatures hallo Eisen 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 Ich eise mich hier noch fest wenn das so weiter geht Eisen Nein das brauche ich jetzt nicht ab Ich gehe jetzt zurück Huch Wo sind wir denn überhaupt hergekommen Och ne jetzt habe ich die Orientierung verloren Ah hier gut War hier auch Eisen Ne hier war kein Eisen Oh ich hasse es wenn es hier so dunkel ist Das Eisen hier bauen wir noch ab Ich bin der Eisen Fanatiker Wuhu Eisen Aua Andere schreien nach Drogen Ich schreie nach Eisen Warum auch nicht Es ist eine legale Droge Was übrigens auch Thema meiner Hausaufgabe war Was euch bestimmt nicht interessiert Oh mein Gott Die Treppe ist jetzt aber schon lang Die wird aber bestimmt noch doppelt so lang Ja ich muss hier irgendwie an Redstone kommen Verdammte Scheiße Gut so Den Rest schaffe ich auch noch Och mein Ich will ans Fenster Na ja apropos Fenster Äh ich habe versucht einen Naja von Debitor LPs Seite Gamiano.de Ne muss man auch erwähnen Kann jeder von euch mal drauf gehen Ähm der hat diesen Connecting Textures Textures Mod TCM Mod Äh bereitgestellt Ich habe den Versuch zu installieren Es hat aber nicht so geklappt Wie ich das wollte Äh Naja gut Dann säen die Fenster halt nicht mehr so aus Als würden da einzelne Glasscheiben drin sein Sondern Das sähe dann aus Als wäre es eine Glasscheibe Eine schöne Glasscheibe Aber es hat eben nicht Funktioniert Worüber ich ganz traurig bin Und des Lebenssinns Entfleucht Nein das war natürlich ein Witz Ähm Ja Falls es jemand noch nicht mitbekommen hat Hat Ich werde diese Aufnahme hier Also den Part In dem dieses Gerade passiert Was ich hier gerade tue Was sehr verwirrend ist Was ich gerade rede Wer das verstanden hat Bekommt in Deutsch Eine Eins plus Ähm Diese Aufnahme wird heißen Ja wie wird sie denn heißen Eisen Nein so wird sie nicht heißen Wenn ich sie so nennen würde Wie ich sie nennen wollte Würden einige aus meiner Klasse Die das Video eventuell sehen würden Wahrscheinlich wieder meine Nicht wieder an sexistischen Ausdrücken Nicht sparen Was ich mir nicht unbedingt anhören muss Äh also werde ich das Video ganz einfach nennen Eingelocht Ne Äh ich werde es einfach Tunnel nennen Oder so Und was an Tunnel sexistisch sein soll Wüsste ich auch gerne Der Tunnel ins Licht Sehr sexistisch Noch schlimmer als Dead Island Das Wort Der Tunnel Ist in Deutschland dann auch verboten Ne Verstehe ich eh nicht Warum Dead Island in Deutschland verboten ist Finden sie mal 16 Gründe Oder finden sie Hier jetzt fange ich auch schon mit dem sie an Hey findet mal 16 Gründe Warum Dead Island in Deutschland verboten sein sollte Also ich finde nicht mal 2 Naja gut ich finde 2 aber Der Hauptgrund wird wahrscheinlich sein Dass man in Dead Island mit Mit offenen ähm Wie heißen die Dinger denn Motorhauben genau Mit offenen Motorhauben rumfahren kann Das ist wahrscheinlich der Hauptgrund Das geht nämlich mal gar nicht Ah ich mach das jetzt einfach hier mit dem Scheiß zu Zack Zack sieht man eh nicht Zack Ne das geht nämlich mal gar nicht ne Oh habt ihr das gehört Boah ist das gruselig Jetzt kriege ich Angst Oh mein Gott ich hab mir in die Hose gepinkelt Ich will zu meiner Mami Ne natürlich nicht So das war's mit den Treppen Gut dann gehen wir jetzt hoch Das fällen wir mit Koppel aus So hier machen wir erst mal zu Zack 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 Das sammeln wir noch ein War So zack zack Das kommt da hin Ähm Der Fens kommt weg hier Da kommt deine Mutter gleich hin Scherz Boah Heute durften wir in Religion schöne Bilder anmalen Ist das kein What the Oh das leckt mal wieder Oh mein Gott Ja ist das keine tolle Beschäftigung Finde ich auch Huch Oh Kledi Feine Kledi So jetzt gehen wir schlafen Wenn wir schlafen können Können wir nicht Gut Dann sag ich jetzt mal tschö Ja Hallo Herzlich willkommen zurück Äh Ich habe gerade den Computer neu gestartet Und äh Ich hoffe es wird jetzt nicht mehr so lange dauern Wie es vorhin gedauert hat Ich habe gerade komplett scheiße gelabert Oh mein Gott Ich meinte natürlich äh Ich hoffe dass es nicht mehr So ruckeln wird Wie es vorhin geruckelt hat Oh mein Gott haben wir viel Kohle Nehmen wir gerade mal die 16 hier mit Ist das auch sehr cool Nein das ist nur cool Gut Oh das passt auch Das ist schön Äh Die Hälfte Die Hälfte 16 Das heißt dort 2 Kohle Stimmt's 1 2 Ja das ist richtig Juhu Dort auch 2 1 2 Zack 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 1 2 So dort auch 2 Kohle rein 1 2 Und Hier machen wir den Rest Huch Dort ist gerade etwas ausgeploppt Der Drucker hat sich angeschalten Okay er wurde angeschalten von meinem Vater Aber naja gut Ähm So auch 2 wieder rein Machen Ah Mikrofon setzt wieder Scheiße glaube ich Äh Scheiße Äh ja gut so 1 2 Dort kommen 16 rein Zack Äh Haben wir nicht noch Er hat so ein geschmolzen Ist das nicht hier Ja Fein Gott der war jetzt hart So 1 2 3 4 4 7 8 Zack Eine Kohle rein Das reicht Gold kommt dort rein 1 O Kommt dort rein Kommt das auch dort rein Ja Das ist ein Erz Naja gut Das ist eigentlich ein Rohstoff Aber egal Kohle Kommt hier rein Hier rein Oh wir haben übrigens Melon Seeds Hm Merkwürden Sonstiges Hm Wo mach ich denn die Rails hin Da hin Nein Puh Ja genau Da kommt es rein Wir knabbern unsere Rails an Komm mal mit hier Ja hopp Ja so ist Feinsitz Nein Pflanzen und Saplings Holz Sand und Glas Dirt und Gravel Fuck Mother Mata Mata